Ja, meine Freunde, und die Ereignisse überschlagen sich förmlich. Ich habe ja gerade ein Video rausgebracht über das Tim Breithaupt-Gerücht, dass der Wechsel so gut wie fix ist. Und da haben wir über den Torwart gesprochen, dass da auch jemand kommen soll, ein rechter Verteidiger und ein Stürmer. Und ja, einen Innenverteidiger habe ich da nicht erwähnt. Aber man wusste ja schon lange Zeit, dass Patrick Pfeiffer ja definitiv ein Spieler ist, den wir sehr, sehr gerne in Augsburg wollen, sehen wollen. Er ist wirklich ein klasse Innenverteidiger, einer der wertvollsten Spieler der zweiten Liga. Beidphysik, 1,96 Meter groß, hat eine tolle Saison gespielt, muss man wirklich sagen, 23 Jahre, Markwert von 3 Millionen und er würde ablösefrei im Sommer zu haben sein. Der FC Augsburg hat sich scheinbar mündlich mit Patrick Pfeiffer geeinigt und der Deal ist noch nicht komplett durch. Plattenberg, der Sky-Experte, Transfer-Experte, hat das hier heute rausgehauen, die Info. Es gibt eine mündliche Einigung, nochmal zur Betonung. Noch sind aber Details zu klären und es ist noch nicht zu 100% durch. Ja, man sieht unsere verantwortlichen Arbeiten. Sehr, sehr spannend, natürlich hier auch. Wenn Pfeiffer kommt, wird es in der Innenverteilung relativ sicher noch eine kleine Umstrukturierung auch im Kader geben. Man wird sehen, wie es zum Beispiel mit Embry's Oxford weitergeht, da das ganze Jahr verletzt ausgefallen ist oder wie auch immer. Also man wird jetzt die Innenverteilung-Position jetzt auch nicht komplett überladen wollen. Wenn ein Pfeiffer kommt, wird er relativ sicher auch Stammspieler sein. Er ist sehr torgefährlich auch. Er hat, jetzt schaue ich mal gleich mal, dieses Jahr in 22 Ligaspielen in der 2. Liga vier Tore und ein Assist gemacht. Also er ist wirklich gefährlich nach Standards, hat eine tolle Spieleröffnung für den IV. Links und rechts kann er super, also mit links und rechten Fuß ist er top. Es gibt hier wirklich viele Vorteile, was ihn angeht und eine wirklich solide Spieleröffnung. Tolles Talent. Ich habe gedacht, wir kriegen ihn eher nicht, weil Frankfurt und Mainz auch Interesse betont haben an ihm. Auch, ich meine, Werder Bremen hat sich da ein bisschen Hoffnung gemacht. Zumindest gab es da mal so, meine ich, irgendwie ein Video dazu. Also auf jeden Fall, wie gesagt, wir kriegen, wenn wir Pfeiffer kriegen, einen wirklich sehr, sehr spannenden Innenverteil. Leider diesen Transfer tue ich zu 100% begrüßen. Ablöse frei nach Augsburg mit noch enormem Entwicklungspotenzial. 23 Jahre und er hat wirklich bewiesen, dass er einer der besten IVs der 2. Liga ist. Und das würde ich wirklich richtig feiern, wenn Pfeiffer kommt. Ja, das ist einfach super, wenn wir uns hier wieder durchsetzen, so einen jungen deutschen Innenverteidiger kriegen. Marktwert ist aktuell bei 3 Millionen mit Luft nach oben. Wir kriegen Ablösefrau, Leute. Er ist damals 1920 für 250.000 vom Hamburger SV zu Darmstadt gewechselt. Dort hat er Step-for-Step-Schritte nach vorne gemacht. Darmstadt steigt auf, aber es war relativ klar, dass Patrick Pfeiffer nach dieser Saison einen Wechsel zu einem Bundesligist machen wird, auch wenn Darmstadt auch jetzt ein Bundesligist sein wird. Er will scheinbar einfach da die neue Herausforderung nach den vielen Jahren bei Darmstadt oder in Darmstadt. Also wie gesagt, ein Spieler, den ich extrem feiere. Ich finde ihn wirklich klasse. Er ist dieses Jahr ein bisschen ausgefallen mit einem Muskelbündelriss. So über 60 Tage. Er hat auch einen Zehnbruch gehabt. Gilt aber an sich eigentlich nicht als sonderlich verletzungsanfälliger Spieler. Das war jetzt dieses Jahr mal eine Verletzung dabei. Hoffe ich natürlich, wenn er bei uns ist, dass er fit bleibt. Sehr, sehr spannender Spieler. Ändert natürlich dann auch ein bisschen wahrscheinlich die Hierarchie hinten. Kann in Dreierketten in Verteidiger sein, kann aber auch in der Viererkette verteidigen. Ja, guter Transfer, wenn er stattfindet. Wie gesagt, noch hat Pettigold bestätigt. Ist nicht 100% fix, aber es gibt eine mündliche Einigung. Man ist sehr weit. In diesem Sinne auch gerne dazu eure Meinung in die Kommentare, Leute. Kommen heute ein bisschen mehrere Videos. Schaut unbedingt auch das Video, wo ich jetzt eine Stunde vorher rausgebracht habe. Da haben wir über Breithaupt gesprochen und über Spielerpositionen, die wir noch suchen. Gerüchte, wer sonst verlassen. Also unbedingt da auch noch reinschauen. Also die Ereignisse überschlagen sich. Ich habe Gott sei Dank, bin ich zu Hause gerade. Und in diesem Sinne viel Spaß bei den ganzen Videos, die heute kommen. Und jo, eure Meinung zu Pfeiffer gerne in die Kommentare. Ciao, ciao.